Den Ausbildungsruf Verfahrenstechnologe Metall und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Den schaue ich mir heute hier bei der Nickelhütte Aue mal genauer an und dazu begleite ich den Felix einen Arbeitstag lang. Felix, sag doch mal, was sind denn so deine Hauptaufgaben als Verfahrenstechnologe? Was machst du da so genau? Wir sind in einem Schmelzbetrieb, wo wir aus chemischen Rückständen die Sachen einschmelzen, um dort auch wieder unsere Hauptbestandteile, unsere besseren Metalle zu gewinnen und weiter zu verkaufen. Krass. Und was machst du da jetzt so genau? Also was sind deine Aufgaben? Es ist einmal eine Produktionsüberwachung, dass dort alles klar geht, dass dort keine Probleme auftreten. Wir sind so zu abstischen bzw. das Metall eben aus dem Ofen wieder rauszuholen. Das ist sehr, sehr vielseitig. Warum hast du dich denn gerade für die Nickelhütte Aue als Ausbildungsbetrieb entschieden? Was ist hier cool? Ja, was ist ja cool. Du musst erst mal darüber nachdenken. Ich wollte hier am Ort bleiben. Dann ist die Nickelhütte hier eines der renommiertesten Unternehmen, wo ich gesagt habe, okay, da kannst du lernen, das macht dir wahrscheinlich Spaß. Ja, und das waren alles so die Aspekte, wo ich gesagt habe, hier möchte ich her. Wenn Jugendliche jetzt Interesse an dem Ausbildungsberuf haben, was sollten die denn so an Fähigkeiten mitbringen oder worauf sollten die sich einstellen? Also Grundvoraussetzung ist eigentlich eine körperliche Fitness. Das ist eigentlich das Grundargument, was man sagen muss. Aber ansonsten, arbeitswillig muss man sein. Man muss versuchen, auch selber Sachen zu hinterfragen, was man hier super erklärt kriegt. Und ich denke, wenn das gegeben ist, der Rest kommt dann von ganz alleine. Felix, dein Arbeitstag ist jetzt rum. War auf jeden Fall mega interessant und spannend tatsächlich, was du hier so genau als Verfahrenstechnologe mit Teil so genau machst. Wirklich richtig cool. Und für euch jetzt, wenn ihr jetzt noch weitere Infos zu diesem Ausbildungsberuf wünscht, dann checkt auf jeden Fall mal die Homepage der Nickelhütte Aue aus und zwar unser nickelhütte-aue.de. Lohnt sich auf jeden Fall. Die freuen sich natürlich auch, wenn ihr hier eure Ausbildung startet. Und da bedanken wir beide uns bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut und tschüss.